Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, vor allem Sie sollten jetzt gut aufpassen. Dann heute zeigen wir Ihnen, wie Sie sich praktisch und gründlich rasieren können. Und das erst noch unschlagbar günstig. Mit diesen Gillette Einwegrasierern im preisgünstigen Dreierpack aus Ihrem Go-Pladen. Die Gillette hat mit Ihrem Produkt bewiesen, dass man auch Einwegrasierer perfekt machen kann. Wir sehen es da gerade im Bild. Kein Klingenwechsel, das hat jeder. Aber diese Doppelklingen gibt es nur bei Gillette und Zweiklingenrasierer, der begründlicher als eine. Probieren Sie die besten Einwegrasierer, Gillette mit den Doppelklingen. Die gibt es jetzt bei Coop in diesem Dreierpack zu unschlagbar günstigen Preisen, so richtig zum Zugreifen. Auch in der Kosmetik macht es Go-P möglich, dass Sie Qualitätsprodukte zu erstaunlich günstigen Preisen überkommen. Unter der Vertrauensmarken Beldam bietet Ihnen Coop nämlich jetzt Spitzenkosmetik von bekannten Weltfirmen. Das ist die beste Garantie für höchste Qualität. Bei einem Beldam Kosmetikprodukt sind Sie genau informiert. Sie kennen Anwendung und Zusammensetzung und dank einem Verkaufsdatum können Sie auch die Haltbarkeit selber kontrollieren. Sie sehen, Beldam Kosmetik bietet Ihnen alle Sicherheit und das zu erstaunlich günstigen Preisen wie alles bei Coop. Aber jetzt zu unserem 10'000 Franken Wettbewerb. Die Aufgabe ist ganz einfach. Wie heisst Vertrauensmarken von Kosmetik bei Coop? Schreiben Sie das auf eine Postkarte und schicken Sie diese an Coop, Mittwochstudio, Postfach 4091 Basel. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Und vergessen Sie die Aktionen nicht, die Sie jetzt gerade sehen. Oh, fast hätte ich es noch vergessen. Ich habe hier noch eine wichtige Mitteilung für alle Einwohner in Utswil. Morgen am 8.00 Uhr geht ein neues Coop-Center auf. Mit einer grossen Metzgerei und natürlich mit viel frischem Obst und Gemüse. Auf Wiedersehen.